Bei unseren BMWi-Fahrzeugen haben wir das erste Mal Nachhaltigkeit über die gesamte Wertschöpfungskette betrachtet. Das heißt, wir hatten die Vision wie Pioneer Sustainable Mobility. Dafür haben wir Ziele definiert. Ein wesentliches Ziel war der Einsatz von nachhaltigen, sichtbaren Materialien in Fahrzeuginnen. Wir haben bei früheren BMW-Modellen auch zum Beispiel nachwachsende Rohstoffe eingesetzt in Trägerteilen etc. Aber dieses Mal bei BMWi sichtbar. Das ist anders als sonst. Und ganz, ganz wichtig, es muss Premium-Qualität sein. Beispiele sind die Pflanzenfasern, wie Sie sich hier in der Türverkleidung oder im Klimaleer sehen. Oder unser Olivblatt gegerbtes Leder, das ganz, ganz frisch riecht. Wir verzichten hier auf eine Chromgerbung. Ein anderes Beispiel ist unser offenporiges Holz, Eukalyptusholz. Ein weiteres Beispiel, unser Stoffbezug besteht zu 100% aus rezykliertem Kunststoff. Und davon sind, man möchte es gar nicht glauben, mehr als 30% Pettflaschen. Und da sind wir natürlich stolz drauf.